Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht voll. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Der Angriff Steiner hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen sogar die SS! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmacks des deutschen Volkses! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generare, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie mein Messer Klammeln hält! Jahre lang, dass die Firmationen nur behindert! Es hat die Gäden nur als Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war hier von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat geübtem deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus! Der Trick ist verlockt! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass Sie das nicht bei Ihnen verlassen, irren Sie sich, der Wald ist. Eher nackt, ich werde Kugel in den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.